Hitze, Wetter, schneiden wir so leckere Melonen, ganz lecker und dann nur Wassermelonen essen, ohne Brot, sehr gesund, sehr, 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 sehr gesund, im Moment machen wir mit Folie, besser tragen und nicht zu viel fragen, ja? Lecker und süß, so macht man, ja? Perfekt, zum Mitnehmen und zu Hause essen, hier essen ist ein bisschen problematisch, und erst mal waschen, oder? Nein, nicht waschen, ja? Einfach schneiden und essen, so lecker, perfekt, noch einmal, Viertel oder Halbe, oder Ganze. Dankeschön, und bei Wassermelonen nicht riskieren, wenn möchten Sie lecker, Melonen, kommt zu mir einfach, erst mal bestellen und dann abholen. Jetzt fertig und schönes Wochenende hingemacht.